Da mussten auch zwei, drei Frauen dran, also ich meine an dem Kostüm. Selbstverständlich. Weißt du was ich meine? Nur die Füßchen wachsen nicht. Das habe ich gesehen von Sendung 2. Boah, diese Füßchen. Und grazil ist es. Was kann es sein? Wer ist das? Also Bülent, wenn es Scheinwerfer ist, flippe ich aus. Scheinwerfer. Hast du nachgeguckt? Heißt Scheinwerfer, ne? Nein, habe ich nicht. Ich glaube es dir natürlich. Nein, aber ich habe ja auch noch weiter überlegt, ob es wirklich sie ist. Aber fang doch ihr mal an. Ach, jetzt müssen wir noch mal überlegen, wer es ist. Jetzt ist es gerade entscheidend. Ich bleibe bei Caroline Herford. Ja, da gehe ich mit. Das fand ich sehr schlau. Nicht abschreiben, nicht abschreiben. Nee. Ja, da hast du natürlich. Das fand ich alles sehr schlau. Ich wäre hier sonst auf niemanden wirklich ernsthaft gekommen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe einen anderen Namen. Oder eine Sportlerin. Ich habe dieses, wenn es doch kein Fake war oder kein getürkter Akzent. Ja. Dann denke ich mal, ist es vielleicht doch Sylvie Mais. Oh meinst du, wenn die jetzt den Helm abzieht und dann ist sie ohne perfektes Make-up und ohne perfektes Make-up. Ja, der hat kleine Füße, aber weil sie hat doch damals bei auf dem anderen Sender, hat sie, wurde ja immer ihre Schuhe, ihre Schuhe gezeigt. Hm. Und da war der Fuß klein. Aber... Oder es ist doch jemand wirklich Influenza-mäßig, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, deswegen auch keine Namen nennen kann. Nee, das glaubt. Oder eine Sportlerin. Oder eine Sportlerin. Wie wäre es mit einer Sportlerin so Rhythmisch? Also so Magdalena Pryschka oder... Aha! Tanja Cevchenko oder sowas. Oder sowas. Schwierig. Oder Sabrina Mockenhaupt. Oder... Wie viele Namen wollt ihr denn noch? Wir nehmen jetzt... Also du hast dich relativ am Anfang... Ich, Caroline Herfurt. Caroline Herfurt. Das wär... Sylvie Mais. Magbülent. Ich find die Idee gut, aber... Was mit Schein... Von Scheinwerfer bist du weg jetzt? Nimm doch du den Scheinwerfer. Dann nehm ich den Scheinwerfer. Der Scheinwerfer war... Nasaneckes, richtig? Ja. Eine Idee! Alles Megafrauen. Und wenn's ist, dann schenk ich dir den ganzen Punkt. Nasaneckes. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich wusste es! Geil! Was sagen denn die Zuschauer? Was? Das vierte ratet die Mitglied über die ProSieben-App. Oh Mann. Dagi Bee auf Platz 1. Dagi Bee? Ah, das ist... Sylvie Mais auf Platz 2. Kathi Hummels. Ach so, das gab's ja auch... Und Caroline Herfurt. Caroline Herfurt. Ich kann die Leute überzeugen. Oh Mann, das ist echt weh. Ja. Wir werden's gleich sehen. Hast du Lust? Willste, Alpaka? Ja, komm. Oder auflassen. Auflassen und nächste Woche wiederkommen mit dem Jogger. Okay, dann... Alpaka. Es war schön mit dir. So schön. Aber jetzt ist es soweit. Bitte nimm deine Maske ab. Was? Who are you? Oh Mann. Der Graf! Der Graf! Ach, ich bin ja Hayali-Legger. Julia! Spekalis auch so? Ja! So klein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Seht schon ab? Was ist jetzt? Komm, zeig mich! Ja, ha, ha, ha! Mann! Ja, und? Ich seh Haare. Haare? Oh, okay. Haare, lange Haare. Blonde Haare. Wer? Wer? Es ist Silvie Mays! Es ist Silvie Mays! Großartig gemacht, Silvie! Silvie! Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch! Wie geht's dir jetzt? Sehr gut. Du siehst spitze aus. Ich hätte echt gedacht, Silvie, das wär so cool. Aber sie sieht immer so perfekt aus. Aber du siehst ja normal total schön aus. Du brauchst es ja gar nicht. Wie geil ist das denn? Ich hab dich ja zwei Sachen, den Akzent und an deinen Füßen. Was ist denn mit deinen Füßen? Ich hab kleine Füße, das stimmt. Sie sind 36. Und ich musste jedes Mal so lachen, weil ich musste die ganze Zeit so Englisch, Deutsch sprechen. Und das kann ich gar nicht. Du hast es wirklich mega gemacht. Danke schön. Nee, Hammer! Es war so toll hier. Ach, du hast das super gemacht. Du hast dich immer so schön angezogen. Und du hast so toll performt und voll gesungen. Ich hätte nie gedacht, dass du hier mitmachst. Nein, aber weißt du was? Ich wollte wirklich mal jemand anders sein. Und wie besser geht das denn? Ja! Ich hatte bei der Mask-Singer und ich musste hier dieses aufgedrehte Alpaka spielen. Hey! Ich war schon müde nach der ersten Minute. Frag mich mal. Aber es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Oh ja, warte! Nein, mit dir! Klasse! Du warst super. Hast du denn jetzt noch mal Lust, ohne Maske zu singen? Ich hoffe, ich krieg das noch hin. Du weißt, wie das geht. So ein Ausschnitt und ich denke, hey, was war das auch wieder? Aber ich will es machen. Du kriegst es hin, oder? Und wenn... Ich weiß genau! Egal! Es ist die Auflösung! Das Alpaka! Silvie Mais ohne Maske! Wuhu! Sehr gut! Das hab ich nicht gedacht. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was. Until I found you. I was beat. Incomplete. I've been hurt. I was sad and blue. But you make me feel. Yeah, you make me feel. Shiny and new. Like a virgin. With your heartbeat next to mine. Wie großartig! Und wie viel Spaß du hattest! Du musst nur Spaß denken dazu nehmen. Hey! Das ist Alpaka! Sylvie Mais! Juhu! Vielen Dank.